Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit offenen Karten, die wir im Hafen von Jilong beginnen, dem zweitgrössten Hafen Taiwans. Dort ist die Rede gut geschützt vor den Taifunen des riesigen Pazifischen Ozeans, mit dem wir uns diese Woche beschäftigen möchten. Während wir in Frankreich und Deutschland auf Europa und den russischen Angriff auf die Ukraine blicken, ziehen manche eine Parallele zu Pekings Ambitionen in Taiwan. Taiwan ist ein Symbol für den Indopazifik, der künftig das Zentrum der Weltwirtschaft und des Welthandels bilden wird. Und dort stehen sich die beiden Supermächte des 21. Jahrhunderts gegenüber, die USA und China. Aber auch Regionalmächte wie Indien, Japan und Australien spielen dort eine große Rolle. Der Pazifik steht im Zentrum all dieser Interessen und beginnen wollen wir mit seinen riesigen Ausmaßen. Der Pazifik ist der grösste Ozean und bedeckt allein ein Drittel der Erdoberfläche. Er ist mit 169 Millionen Quadratkilometern doppelt so groß wie der Atlantik und ihm verdankt die Erde die Bezeichnung blauer Planet. Darüber hinaus ist er auch der tiefste Ozean mit Bergen von der Höhe des Himalaya und bis zu 11.000 Meter tiefen Gräben bei den Marianen. An den Rändern der Kontinentalplatten liegen rund um den Pazifik drei Viertel der Vulkane der Welt. Ein 40.000 Kilometer langer Feuerring mit Ausbrüchen, Erdbeben und Tsunamis. Rund um den Pazifik liegen drei Kontinente, Amerika, Asien und Australien, sowie drei Ozeane, das Nordpolarmeer, das Südpolarmeer und der Indische Ozean. Das wollen wir uns näher ansehen. Im Norden wird der Pazifik von der Beringstraße zwischen Russland und den USA begrenzt. Im Osten trifft er auf den amerikanischen Kontinent mit seinen steil aufragenden Gebirgsmassiven. Im Süden geht er vom Kap Horn bis zum Kap Luwin ins Südpolarmeer über. Im Westen folgt er den kurvenreichen Küsten Asiens von Russland bis nach Südostasien und zahlreichen Inselgruppen von Japan bis Indonesien. Dazu kommt Ozeanien von Papua-Neuguinea über die Ostküste Australiens und Neuseeland bis hin zu den tausenden kleineren Inseln. Zu all den Ländern im und am Pazifik gehören sogenannte ausschließliche Wirtschaftszonen. Das sind die Meeresgebiete bis zu 200 Seemeilen vor der Küste der jeweiligen Staaten, in denen diese vor allem über wirtschaftliche Rechte verfügen. Denn der Pazifik ist reich an natürlichen Ressourcen. Seine Fische und Meeresfrüchte liefern Proteine für Milliarden Menschen. Hier sieht man die entsprechenden Fischfanggebiete. Allerdings sind die Bestände durch Überfischung und illegalen Fischfang bedroht. Und unter dem Meeresgrund schlummern Metalle wie Mangan, Kobalt, Nickel und Kupfer in Form von Knollen. Diese sind noch vor dem Abbau geschützt, sind aber sehr interessant für die Industrie. Zu seinem Namen kam der Pazifik, als der portugiesische Seefahrer Magellan 1520 als erster die Erde umsegelte. Da bei der Überfahrt das Wetter friedlich war, nannte er den Ozean Mar Pazifico, friedliches Meer. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist der Pazifik zum geopolitischen Zentrum der Welt geworden, denn die Weltwirtschaft ist auf diese Seite der Erde umgeschwenkt. 2021 erwirtschafteten die USA 25 Prozent des Bruttoweltprodukts, China 17 Prozent. Deshalb ist der Pazifik für den Seeverkehr von entscheidender Bedeutung. Ein großer Teil des weltweiten Schiffsverkehrs verläuft durch den Ozean. Hier sieht man die wichtigsten Seewege. Dazu kommt ein riesiges Netz aus Unterseekabeln, die für das Funktionieren einer vom Internet geprägten Welt unabdingbar sind. Die besonders bevölkerungsreichen Anrainerstaaten im Westen bilden inzwischen das Zentrum der Wirtschaft und des Handels in der Region. Von den 20 Häfen mit dem größten Containerumschlag der Welt befanden sich 2020 14 in China, Südkorea und den Ländern der ASEAN, des Verbandes Südostasiatischer Nationen und nur einer in den USA, in Los Angeles. Über die westlichen Randmeere des Pazifiks gelangt man schließlich in den Indischen Ozean und weiter nach Westen. In dieser Region befinden sich eine ganze Reihe von Meerengen in Malaysia und Indonesien, ein Labyrinth aus für den Welthandel wichtigen Wasserstraßen. Die Malakastraße ist davon die meistbefahrene. 90.000 Schiffe und etwa die Hälfte des mit Tankern beförderten Erdöls passieren sie pro Jahr. Singapur hat den zweitgrößten Containerumschlag und die fünftgrößten Raffineriekapazitäten der Welt. Die auch wegen ihrer Piraten berüchtigte Meerenge hat allerdings nur eine geringe Wassertiefe und ist nahezu ausgelastet. Größere Schiffe fahren deshalb eher durch die Lombok und durch die Makassastraße. Der Pazifische Ozean ist also ein stark befahrenes Meer mit dicht bevölkerten Anrainerstaaten. Infolgedessen ist er sehr verschmutzt, insbesondere durch Plastikteile, die sich inzwischen zu zwei riesigen strudelförmigen Müllteppichen verdichtet haben, einen im Nordpazifik und einen im Südpazifik. Die Insel Henderson hält den traurigen Weltrekord der am meisten verschmutzten Strände der Welt. Dort findet man etwa 240 Plastikteile pro Quadratmeter. Die Inselwelt im Pazifik steht aber noch vor einer weiteren ökologischen Herausforderung, dem Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der Erderwärmung. Die Bewohner der Inseln Mikronesiens, Melanesiens und Polynesiens sind am meisten von Überschwemmung bedroht. In all diesen Gebieten leben über drei Viertel der Bevölkerung weniger als einen Kilometer von der Küste entfernt. Sie könnten unsere Inseln genauso gut bombardieren, klagte der Präsident von Palau angesichts der Untätigkeit der Politiker, die im Herbst 2021 zur Weltklimakonferenz nach Glasgow gekommen waren. Der Pazifik steht im Zentrum der weltweiten ökonomischen und ökologischen Interessen. Dazu kommen militärische Rivalitäten, denn dort stehen sich die beiden Supermächte China und USA gegenüber. Aber auch Regionalmächte spielen eine Rolle im geostrategischen Konzept des Indo-Pazifiks. Zunächst zur militärischen Stärke Chinas und der USA. Die US Navy hat Stützpunkte in Japan mit dem Hauptquartier der 7. Flotte und Südkorea sowie strategische Marinestützpunkte in den US-Gebieten Guam und Pearl Harbor, aber auch in Darwin in Australien und auf Manus in Papua-Neuguinea sowie auf den Philippinen und in Singapur. Washington möchte mit dieser Einkreisung das Hegemoniestreben Chinas gegenüber seinen Nachbarstaaten eindämmen. Die chinesische Flotte hat Stützpunkte an der Küste und auf Hainan. Mit den dortigen Raketen können feindliche Schiffe versenkt werden. Dazu kommt die Militarisierung der Spratly-Inseln im südchinesischen Meer. Auf die erheben auch Taiwan, Vietnam, die Philippinen, Malaysia und Brunei Anspruch. In den vergangenen fünf Jahren wurde die Kampfkraft der chinesischen Marine um 90 neue Schiffe und U-Boote ergänzt. Im Zentrum dieses Kräftemessens steht Taiwan, wo die Spannungen immer weiter zunehmen. Peking hat die Republik China nie anerkannt und meldet regelmässig Ansprüche auf die Insel an, einen faktisch souveränen Staat seit 1949. Für die USA unter Joe Biden, die Taiwan mit Waffen und Militärhilfe unterstützen, wäre eine Annexion ein Kriegsgrund. Welche Rolle nehmen nun die kleineren Volkswirtschaften in diesem großen indopazifischen Spiel ein? Australien möchte als Regionalmacht Einfluss auf seine Nachbarländer ausüben und in Papua-Neuguinea den Einfluss Chinas einschränken. Die geopolitische Stellung der früheren britischen Kolonie ist ein prekäres Gleichgewicht zwischen China, dem größten Handelspartner, und den traditionellen westlichen Partnern, angeführt von den USA und Großbritannien. Im September 2021 gründeten die drei Staaten ein Militärbündnis namens AUKUS und Australien will acht atomgetriebene U-Boote in den USA kaufen. Premierminister Scott Morrison möchte das chinesische Vordringen bremsen und sendet ein starkes Signal in Richtung Peking, dass der Spionage und böswilliger Angriffe beschuldigt wird. Canberra brach dadurch allerdings einen Vertrag über den Kauf von U-Booten mit Frankreich, was zu diplomatischen Verstimmungen mit Paris führte. Frankreich, eine Atommacht, die bekanntlich Atomtests im Pazifik zwischen 1966 und 1996 durchgeführt hatte, hat ebenfalls Ambitionen in der Region. Von Neukaledonien, wo die Frage der Unabhängigkeit noch nicht entschieden ist, bis nach Französisch-Polynesien, verfügt Frankreich weiterhin über zahlreiche einstige Kolonien, über eine 9 Millionen Quadratkilometer große AWZ und über eine starke Präsenz einer Marine mit gemeinsamen Kommandos in Numea und Papete. Indien und Japan wiederum unterstützten das Prinzip einer freien und offenen indopazifischen Region und führen mit den USA und Australien einen quadrilateralen Sicherheitsdialog aus Misstrauen gegenüber China. Die politischen und militärischen Spannungen dürfen allerdings nicht über die Verflechtung der Volkswirtschaften im Indopazifik hinwegtäuschen. 15 Staaten bilden eine regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft. Indien, China, Südkorea, Japan, die Aseanstaaten, Australien und Neuseeland. Seit Januar 2022 ist das die größte Freihandelszone der Welt mit 3,5 Milliarden Menschen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts galt die Region Asien-Pazifik als so stabil wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Doch inzwischen gibt es dort mehrere latente Konflikte, darunter den potenziellen Konflikt um Taiwan und Chinas Expansionsbestrebungen. Nicht zu vergessen, der noch nicht beendete Bürgerkrieg zwischen Südkorea und Nordkorea. Kürzlich erinnerten US-Experten daran, dass die Lage auf der koreanischen Halbinsel womöglich die größte Bedrohung für die weltweite Sicherheit darstellt. Das war vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Zum heutigen Thema empfehlen wir Unendlicher Pazifik von Philip Hatfield, aus dem Englischen übersetzt von Simone Blass und verlegt von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017